ihr leute das ist nur ein kleines info video in dem ich einfach sagen will ich es wundert dass jetzt heute vom dienstag den 28 august zwei wochen bis zum montag den 10. september im urlaub fahr das sind die letzten mal zwei wochen aus in bayern direkt am 11 september beginnt nämlich wieder die schule und direkt nach dem hitz von der games kommt ja damit fahrst du zwei wochen urlaub habe soll aber vor protestierten allen wochentagen montag samstags eine ausnahme sonntag kommt gobe käsen habe ich genügend vor protestiert damit ihr es anschauen können liebe leute und sobald ich da wieder da bin am dienstag geht es dann wieder weiter mit mensch place und gobe käsen kommt halt auch noch ab und zu das halt dann zu beenden aber nicht täglich jetzt wenn ich im urlaub bin ist beseit also ich bin jetzt ab heute ab 8 96 nachten bis zum zehnten neunten im urlaub gebinden in kuba und wenn deshalb auch relativ schlecht nur zu erreißen mit dem bildfunk und so weiter weil das in kuba einfach überhaupt nicht ausgebaut ist und dann gibt es der erst rest nicht deshalb ob es mal das alles so funktioniert und joa vielleicht magst du mal ein paar bilder von kuba tue ich auf mein instagram hochladen oder machst du gar nicht deinen blog muss man sehen aber eher weniger weil das wirklich urlaub ist nicht einfach mal pausen macht vor youtube vor allem lustigen zu kommen wo das jetzt eher so ein rest anstrengend war alles also leute wir sehen uns dann mit streams ganz friss wieder leider erst am jahr entweder direkt montag das hälte neunte wenn sie aus dem urlaub so kommen was haltet man sonst liegen am 11. september wenn ich früh wieder beginnt gibt es dann auch erst mal wieder einen fetten stream darauf können sie uns freuen wie er upload dann alles aussieht wenn es wieder geht muss es hat schauen wie es dann zugewirkt und alles drum und dran da werde ich mir dann eben so in der woche mal paar gedanken machen ab jetzt eben nur bis zum 10.8 vor aufgenommen ab dem 11. geht es dann los mit streams und dann schaue sich das ist ein relativ regulären normalen ablauf dann auf die beine stellen naja das war's das war eigentlich jeden fall dass eben jetzt zwei wochen unabhängig und vorproduzierte videos kommen werden in dem fall govikelsen weil es einfach wirklich passt so dass wir uns auch noch mal eine schöne seite ich glaube die meisten von euch haben wieder schule denn wir uns definitiv einen guten starten in die schule und alle die noch ferien haben sollten irgendwie eine woche oder so wochen wir in bayern genießen restaurateur ferien und ich sag jetzt macht's gut liebe leute bis zum nächsten mal und ciao ciao